ich kann auch mal rüberkommen und die antibiotika geben das wäre cool ja ich mache das haus fertig und dann komme ich unten rum treffen wir uns unten auch der hauptstraße ich bin sofort da in der sekunde da ist einfach fertilizer drin was werf ich jetzt weg scheiß auf das eine glas wir können ja alles ins motorrad packen oh gott das ist komplett die umstellung jetzt noch mal frieden munition ganzen bücher was ist jetzt passiert was hast du gemacht man hat sich jetzt alles aufgelöst man habe ich zu vielen koffer raum gepackt es ist alles liegt alles herum packen wir das wieder rein was du schon wieder gemacht hast vielleicht bin ich aussehen auf erde gekommen aber warum sprengt es dann alles weg ja weil du es nicht tragen kannst okay offen oder ganzen bücher ja wieder nämlich mit bücher 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 am besten die die bücher oder und so rezepte oder rezepte baupläne da habe ich auch noch etliche die man schon beim händler verkaufen kann batterie bärenhunger das ist für ein kriss Für den Barbären alles klar nicht mehr an. Pack mal rein was du brauchen kannst. Also nicht mehr brauchst. Brauchst da dringend ne Bandage ohne Scheiss. Also ne Schiene. Hast du Stoff jetzt und Holz zufällig? Und das vielleicht schnell? Ja. Oh mein Gott. Airdrop. Oder geh aus dem Bike raus. Airdrop. Okay. Schau's drauf. Ist ja hier in der Nähe. Da laufen wir jetzt gar hin. Du kannst mit dem Bike hinfahren wenn du willst. Ah da war ein Kaktus. Denkst du immer noch? Ja. Aber am Tag geht es irgendwie. Aber das ist schon übel. Nicht schön. Die Scheisskiste. So ist er aus der Augen verloren. Irgendwo da. Hätten die sich im offenen Haus gelandet. Schau mal nach oben. Ich hab dir grad echt nicht gesehen ohne Scheiss. Es hat wirklich auf dem Dach gelandet. Predicted Alter. Predicted. Geil da die Knark. Hau drin. Meins. Und vier Antibiotika. Zwei Schmerzmittel. Oh ja. Hau gleich mal runter. Bitteschön. Bitteschön. Boah, kassi mal 40. das ist jetzt meine nein wunderbar wird eigentlich kurz einmal auf tanken und einmal die baupläne ist doch geil für den händler oder nicht die nagelpistole kann ich dann noch einpacken dann ist sie voll da warte kommen wir mal brauchst du noch irgendwas ja im moment nicht irgendwann köpfe ich dich noch hast du nicht flinken munition nicht mehr habe ich dir reingepackt oder du hast es vielleicht aufgesammelt ich hab's noch nicht aufgesammelt da liegt sie mir ist doch kein in der nähe das war ja da vorne da oder ja schau dass du es noch findest und nicht scheiß drauf ich hab dich doch rein hat die reingepackt oder das gewehr habe ich auch reingepackt keine ahnung ja den schafft vom gewehr ja den bauplern für maschinenpistole hast du das bike repariert nee weil das jetzt wieder 100 prozent hat cool war ich da schon drinnen wo bist du jetzt drinnen äh hier war immer noch keine verdammte schiene weil ich einfach kein was bräuchtest du also nicht zum zum erstellen kleber da hatte ich schon mal da hatte habe ich vielleicht kann ich die reingepackt hätte ich aber die finde ich schon gleich okay ja stopfen irgendwas zerlegen ich habe sicher ein gewusst liegen lassen wenn ich köpfe kürzen somit okay da muss man mäßigen wollen natürlich leer das ist natürlich auch leer 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 messing hier ich habe eine nagelpistole habe ich die bei dir aufgesammelt nein ich habe die ins bike reingelegt kann sein dass das aus dem bike rausgenommen hat das kann sein vielleicht möglich verrottetes fleisch dann nehmen wir doch lieber das ei mit was war zuerst das hohen oder das ei du weißt schon die die lösung oder es geht um religion ähm wenn du sagst das hohen war zuerst da dann bist du religiös weil gott erschuf ja tieri und so weiter blablabla und die haben sich ja dann vermehrt und deswegen denke ich es ist da war zuerst da if you know what i mean verstehe schon was du meinst du ich brauche noch einen verdammten stoff jetzt glaube ich finde jetzt noch einen holz habe ich ich brauche jetzt noch einen stoff fetzen oh menschliche scheiße weg wir nehmen lieber das öl mit so und hülsen wie die die ganzen tische fisch herum sind es doch wahnsinn first world problems hier am start jetzt noch ein auto gesehen so jetzt bin ich jetzt auch wieder auf 120 wohlbefinden wunderbar eine brücke hast du eigentlich schon jemals einen blutbeutel benutzt nein ich mache da immer ding draus esshilfe koffer genau sehr schön weil ich habe endlich eine schiene da war ich jetzt drinnen und gehe ich da rein jetzt natürlich wieder heiß weißt er fixt seinen fuß ja jetzt denkt man nicht mehr an den fuß nein jetzt denkt man das scheiß dass du da so probleme hast das ist der hammer habe so einen lappen erwischt und spaß hast du dann auch so ein render oder hast du dir einen eigenen charakter ja ich habe einen eigenen erstellt hat man da irgendwas bestimmt noch einstellen können hat nichts gesehen oder dass man irgendwie dass das technologielabor alter lecken ja manch da liegt erstmal kleber kaffeebohnen raus weil die brachte kann so dann schauen wir mal was da ist hoffenweise unity walker club wow oh shit leer munitions typ wechseln wow wow der schreckt mich nicht so gehe ich hier mal zu der tanki oder haben wir noch platz im absolut nicht dann schauen wir sich hier mal noch um halleluja ich bin jetzt als nächste hause mal hin das ist so eine art garage ja ich glaube da warst du schon ich bin da einem richtig krassen ghetto 4 oder anlage gelandet so was welche arbeit also und da laufen halt nur solche art bauarbeiter rum also immer schon mit bauarbeiter holen ja genau 18 mechanical platz das kann man zu leben macht es erstmal doch gleich also theoretisch müsste eigentlich nicht einmal groß was zum essen mitnehmen wenn ich schon so aus was drin ist fürs gott ich lasse ihn erstmal den kopf weg ey alter da geht es schon wieder hoch ey bergabärter rum das wirkt erstmal zu legen glas können wir mitnehmen das noch zu legen da ist eh nix dran irgendwo kein platz mehr für duck tape da machen wir uns einen da ist halt einfach eine Luke in die Face geil richtig krass hier ähm zu leben zu leben wer was ich alles finde ich habe jetzt schon 28 Mechanical Parts 28 ja die brauchen wir doch gar nicht oder? sicher die brauchen wir für ihren Scheißweig alles klar also die Mechanical Parts die kannst du immer mitnehmen das Jagdmesser kann man eigentlich auch zerlegen holy shiver ach du bist in der Industrie alles klar ja genau aber ich habe gesagt das ist mal wieder wie du mir zuhörst du hast bloß irgendwie gesagt du bist irgendwo äh wo die Minearbeiter und so weiter sind ja das sind ja so viele Worker 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 genau Arschlöcher nenne ich so alles klar alles klar dem lasst so viel Shit Alter die können gar nicht mehr alles tragen oh Gott bräuch ich mich hier mal durch okay die ganzen Sachen abbauen bringt jetzt auch nicht ich meine okay es bringt schon einige so Metall ah Bergerwarte holen alter wie du dir die ganze Elektronik abbaust du kriegst jedes Mal 8 Eisen cool ja gerade für die Eisenstangen dann nochmal ich denke da werden wir noch ein bisschen was brauchen die Feder toll welchen Skill habe ich überhaupt mittlerweile bei Plündern 58 verdammt Gott dammit auf 60 dann kann ich meine Beutequalität nochmal erhöhen so ist er noch irgendwo nach oben nein toll da auf dem Dach ist ja nix aber hier geht es noch weiter oh Gott leider oh sehr gut Vorschlaghammer geil was für Hammer ich hab ein Vorschlaghammer gefunden ich hab was anderes verstanden ich glaube ich will das nicht wissen was du verstanden hast war auf jeden Fall witziger cool das ist ja auch cooler Bunker wo du jetzt drin warst ich schau das ist ja auch mal ein bisschen ich bin da immer noch drin ich bin da immer noch drin das ist echt ganz cool weil ich bin da noch influential ich bin da mum mit der ich bin da wo ich hier warst多 das ist sehr schön da purse aus wie πάst du Vielen Dank.